Heute verraten wir Ihnen die beklopptesten, merkwürdigsten, aber auch traurigsten Geschichten aus der Welt der Single-Börsen. Bei unserer Nummer 7 wird's gleich mal schwarz-weiß, denn es geht um die ersten Versuche der Menschheit, dass der Computer den perfekten Partner ausrechnet. 1956 motivierte der Amerikaner Art Linkletter, 4000 Singles einen Persönlichkeits-Fragebogen auszufüllen. Die Daten stopfte er in eine 1 Million Dollar teure Rechenmaschine und ermittelte John und Barbara als das Traumpaar. Die beiden lernten sich live in einer Fernsehshow kennen und haben auch tatsächlich geheiratet. Die Tinder-Dating-App kennen Sie ja wahrscheinlich. Nur wenn Mann und Frau beide nach rechts wischen und so ihre Sympathie bekunden, werden sie für den Flirt freigeschaltet. Der Ingenieur James Befford hatte wohl nicht so viel Erfolg bei den Damen und er dachte deshalb einen Wischroboter, mit dem er bei uns auf Platz 6 landet. Die Nummer 5 führt uns nach Indien, wo sich allein bei der Marktführerpartneragentur Shadi 35 Millionen Singles tummeln. Das Kuriose ist, dass die meisten Frauen nicht selbst suchen, denn diesen Job übernimmt wie seit Jahrhunderten der Vater. Es handelt sich dabei aber nicht um Zwangsheirat, denn am Ende darf sich Töchterchen zwischen 3 bis 4 Favoriten entscheiden oder sie schickt Papa in die nächste Runde. Die Nummer 4 der skurrilen Dating-Fakten geht an die Amish People, ein Völkchen in den USA, das aus religiösen Gründen alle modernen Errungenschaften wie Jeans, das Auto oder Fernsehen ablehnt. Ausgerechnet diese Amish People sind begeisterte Single-Börsen-Nutzer und haben gleich mehrere eigene Online-Dating-Portale am Start. Sehr merkwürdig. Sie sehen hier die reizende Amy aus England. Im Internet verliebte sie sich in einen amerikanischen Geschäftsmann und schafft es bei uns auf Platz 3, weil sie sich von ihm belabern ließ, die Rekordsumme von 300.000 Pfund zu überweisen, ohne ihn je getroffen zu haben. Den Geschäftsmann gibt es natürlich gar nicht, denn dahinter stecken Betrügerbanden aus Ghana, deren Anführer in dieser Luxusvilla leben. Auch Platz 2 ist eher traurig und betrifft Ashley Madison, die größte Seitensprungagentur der Welt. Hacker hatten im Sommer 2015 insgesamt 32 Millionen komplette Datensätze von Fremdgängern veröffentlicht. Darunter auch hunderte von Mitarbeitern aus dem Weißen Haus, dem US-Geheimdienst und von führenden Kirchenmännern, die teilweise auch noch bedenkliche sexuelle Vorlieben angaben. Besonders tragisch ist, dass zwölf Menschen Selbstmord begingen, um ihrem Outing zu entgehen. Unser Platz 1 führt sie in den Tierpark. Orang-Utan-Dame Sinta aus Stuttgart sollte sich endlich fortpflanzen, aber zwischen ihr und diversen Männchen, die man aus umliegenden Zoos herankarte, lief einfach nichts. Niederländische Forscher haben darum, und jetzt halten sie sich fest, eine europäische Affen-Single-Börse aufgebaut. Sie lassen die Tiere erstmal miteinander skypen, bevor es zum ersten Date kommt. Frau Sinta verliebte sich übrigens in Herrn Gama aus Prag und ist nun auch endlich Mama geworden. Das war's für heute mit den krassesten Facts aus der Welt der Single-Börsen. Mehr in dieser Preisklasse finden Sie auf singlebörsenvergleich.de, at und ch.